Gute ist willkommen in Halle herzlich wie ja ihr das Gremium ja 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 halt mal ja nein du musst den Enterhaken wegmachen den Enterhaken ja um welch eine Krabbe was ja wir fahren aufs Landzug hier ist eine Krabbe nein 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 was wo hier ist ich höre eine Krabbe irgendwo hier hat sich eine Krabbe an so wie Mr. Krabs läuft ich höre es doch hier oder es ist dieses hier das hat der Haikopf ich höre es drang wie eine Krabbe ja nimm du den mal damit ich habe es wäre ich bin nicht da wie ziehe ich ihn an hier er hat er in der Nacht ja weg da ist schon mein Bett muss ja auch noch ein ich glaube wo machen wir den hin Heiko 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 ja natürlich ja ich weiß aber ich lass mich doch nicht verarschen von dem ich will ich will ich habe zu viel zu wenig glaube ich aber warte mal um am liebsten und so ich glaube so können wir auch endlich mal wer von dieser Scheiße ja wir sind in der Kuhle drin ich weiß ja wir müssen Paare vielleicht mal öffne doch mal ach so ich dachte das war schon ne ich hab mein Schwer weggebrochen ne ich hab mein Schwer weggebrochen und ne das war was anderes scheiße was war das das war nicht weg Prozent wir drehen einfach mal in die andere Richtung Heiko und und von und Verluste schöner Stadt in der Folge ich hab gehört warte mal äh ich weiß nicht mehr was ich machen wollte du dass mich jetzt verwirrt Aachen Bett äh wie mache ich Nägel äh kannst du einfach klar warm habe ich habe ich habe ich habe ich doch Bro wieso hast du ihn wieder in die Richtung gezogen so er hat mich nicht schaffend eben in die andere Gemahehrer aber ich gehe mal hier noch mal drauf wenn wir brauchen wo sind der Heide und wenn der neue Tecker von uns aber ich habe war da alles gut erkennen nur gehrt stoppen warten auch nicht doch bei der Halle das geht also der Heideich da ist damit dann wird das man jetzt äh wie die macht man zu und so ein Aufsammlern automatischen und du brauchst erst mal einen Erforschungstisch so wie macht man einen Erforschungstisch ne ich werde ich würde dafür dass wir erst mal Betten machen ja ok dann äh hol mir mal ein paar Palmenblätter und ich finde dass sie hat ja halt alles von mir gegeben alles die ganze die natürlich hat die Echt auf der Ehe der Ehe von der Eheer werden ich habe ein Rohr ein Jahr was zum Bild du nötiger ja 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 Prusine Sankt von mir ich hab's also ein spielichtiger so Panik ich habe das bündliche geprüft wird Jams Kanzler angeht und dann immerhin mit der Prusse mein ich nie Katze für die Werbung schlecht nein ich kann so kacke nein das da kann ja wo da wohl jetzt was weg ich habe ein Hammer weggeworfen ich hab' ich glaube ich ja ah ne ich hab' ich ja mein Gott nein 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 du wick da nein Mann was denn ah jetzt was inhalt scheiße ja ich bin besser ich habe er aufgegeben er war schon vorbei für mich ich hab' ein Paket ich frag mich was da drin ist hier kommt es gibt Geschenke guck mal und ich verstanden du guck mal bitte guck mal bitte guck mal meine Hand hab' ich noch nie gesehen Mama auf ok äh was was gelernt hat du hast irgendein Rezept gelernt ich werde ihn nicht gern nein ja 2 er war er er guckt sich an wie ein junger Gott ab dem Bett ein einfaches oder da wohl nur 3 war er hat er und so die haben es war ich ich dumm von dir ist einfach dazu plötzlich wurde dabei abbeißen kann nein 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 das das war auf ok ja genau die Füße nicht mit meine Füße nicht schön aus die Ehegele ich solle Dreadlocks streichen ich weiß ich 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 will jetzt mal testen ob ich es noch ob ich es kann wo ist der Heide da kommt mehr Baby da kann es sich gerade so wenn er mich nicht jumps geht dann ist okay du musst ihn schlagen äh ich seh nix mehr ich komm nicht mehr unter Wasser du musst ganz weit nach unten gucken ach so ja okay ich konnte ihn ein zweimal abstechen nachher ich bin ja ich bin ja bevor er sich gegessen hat ja das ist ja ich kann das alles gut das schneide ich raus äh ich muss wieder ein Ding machen und hacken so ich erst mal mit einer Kiste weil sie so viel zum Laden haben ich hab nichts Prozent 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 weil ich bin ja noch ein paar ich habe viele Samen Nene 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 wenn man jetzt nicht ist da nein ich bin bei der Kiste 30 mal ja ja aber auch noch für Samen er gewohnt und so dass wieder kein Wasser nachgeladen ich doch 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 oder ich war die meiner das hast du das hast du inzwischen praktisch richtig Kraft auf Seiten weil ich im Feld ist und dadurch die auch was weil ich nicht mehr trinken will für mich und sie dann schreist aber okay ich habe ja ich mache jetzt was macht es auf sich ich zwar so wäre was ja das gibt man jetzt noch ein paar Ressourcen aber gut dass ich mal wieder gar nichts anderes was noch um habe ich bin ich wieder nichts nur der Mann zu mir abgai er so gut immer eine Planke mit ihm als vierzig Samen aber ich ziehe ich dazu ab in dem Game Scheiße Nein also nicht das Geld begegnen er hat jemand gelassen ich aber nicht Scheiße aber dass er gewöhnt dass er bis 6 also ein Fehler wo mein Gott ist zu schlecht werden er kann es mir kann es mir Strohblätter geben 12 um ein Gartenbau Katzen 6 geben wer ist sie mir ich ja nirgendwo dann gibt es vor 90 wie viel ich kann mir warte warte ich kann dir da ich immer eine Mühe gehört ja die Firma und aber er war sehr gut kurz zu gucken ich kann ich könnte drei Planken gegen sechs Blätter geben drei Planken gegen sechs Blätter Karte bei der Wiener Schildschild Schildschild Steuern so er ist die Steuerung das ist das Leben gedruckt er doch einfach dreimal 1 6 meint und ob er war es an die Schilder es gibt okay so gern dazu der Römer ist doch nicht daran wo ich meine Sachen schon reingeworfen er ist 6 gebrockt jetzt ich habe hier einfach einzeln getrennt mit rechts ganz auf dem Fenster Axel Axel er dann habe ich jetzt das ist richtig smart ist für uns gemacht das BNB die Smartie ach so habe ich erst mal gesagt ich habe es auch in BNB Römer 9 nahe erstellen und wächst mit dem Mieser Vater der Geldschirm was denn die Verschuldung was soll ich scheiß nicht das ist es bringt nichts ja eben doch doch ihr habt gesehen dass Möden angreifen und so er ist das Komplett an das Ding die 20 jetzt Milona muss erst mal verbessert nehmen und die Frau mit es gibt mit Lassen die Ehe das ist gelb hier was kann ich auch die Niederlande tun kann er auch sagen mann wo man war nicht mann wo ich äh ich verhunger. Ne, ich kann ja auch keine Mangos machen. Gut, das hat sich mal gelohnt. Kann man das irgendwie wieder in Holz verarbeiten? Nein. Ah doch, du kannst das glaube ich mit dem Haken abbauen. Mit dem Haken abbauen. Ne, warte aber noch, warte noch. Weißt du das nicht? Ich verhunger nehm ich, ne? Achso, ich glaube ich hab ja gerade einen Anzeig. Die Plank hast du mitgenommen, ich weiß. Ja, ich brauche... Jetzt ist da kein Holz, ne? Ich suche ja. Ich hab kein Holz. Was? Achso, achso. Ja, ich muss das Problem gegeben, aber alles zu sein. Und du bist eben ein Trinkwasser. So, ich brauchst du nämlich ein Holz. So, weil ich glaube, ich muss so machen. Äh, übrigens nächste Insel. Scheiße. Da bin ich einfach Trinkwasser verschüttet. Sehr gut gemacht. Ja, weil ich finde, wollte ich testen, ob ich es auf einfach Cell gießen kann. Äh, kannst du, kannst du... Hier, mir lohnt es dann, glaub ich dir. Ein, 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 ein. Ein, ein... Schwarzer Samen lief doch ich auch nicht. Ja, es ist ein, äh, ein, 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 äh, Dingswagen, ein Stehenbleiber. Hier, Anker. Anker. Ich kann nicht rechnen, 5, fünf Peinblätter, eine Planke, dann hab ich. Eine Planke und 5 Peinblätter, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Darf ich denn, äh, der Taber. Ich hier es sei, zack, 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 zack. Und dann, eh, dann muss es mir der Anker, 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 der ist, der ist, der ist, der Estákennier, der Stad, der sonst ist, der Stad. Panik das ist auch das er hat bei der Fisch die Gelder ab und so ließen Leider der Sänger Platz über die Gäste die ich sterbe er hat 0,2 Millimeter kann man auch irgendwie abreden dass man mehr Essen hat mehr Essen mit mehr leistet Ende bei ich hab schon Welt glaube ich gemacht aber perfekt werfen die Dinge noch offen ich kann ihn so essen ich habe ich gut in dem Wasser abgaben nicht so smart obwohl doch ein guter Trait bei der Wasserkammer nie nach der Eimer Witziger es so unfair dass du ich hier immer holzen darfst nicht zu gucken da hier hast du hast du plötzlich ja ja nicht so mehr richtig Platz was das wirft ihr da weg man muss sich über so was es ist jetzt meins hier ist noch eine Mango Neymar nur sagen wir sind noch zwei Mann die Körner muss da noch mal wo ich weiß ja nicht mehr als in den Hundes er den Heisen an er darf es sehr viel mehr am Boden nicht gut er war kann man kann ab und so und man hat zu zweit den Haie täten weil ich aber wie ich kann diese und mein Mensch das was kaputt ist okay guckert es ist ja jetzt genau kaputt gekämpft und so er hat er auch schon zu tun er hat er gemacht das ist erst mal was ein paar kleinen Wetter oder kann ich die hier in die Abbauung ja ok gut er kann man kann sich hier er hat mir kurz eine Axt leiden warum gut ganz kurz sie zu machen schade nachher wenigstens er sagt dass er mit einer Nächste gemacht also wenn er das gesagt das darf man nicht dann habe ich es ne mache ich mal ein nächstes das sind wir wussten die gar nicht Schott rein okay Pallensammel wichtig Japaner Plastik im Inventar würde ich sagen Sand und Leben würde ich so sagen ich habe keinen Sperr ich brauche ein paar Pallenblätter dann er kann ich ihn heimachen Halt was nein das war schwer äh ich brauche und für den Speer ich hab halt gar nichts mehr da waren Bogen und Pfeile auch nicht Prozent und auch noch vier Holz und drei Seil das lohnt sich nicht du musst du und dann musst du ihn töten Prozent mach mal um wir können schon achtet den Bogen aber wir können steinpfeile schon machen Prozent Kanzel den Heidel mit auch Töten er macht man nachdem das ist die Gestein schon mal er hat eine Mischkarte dann habe ich jetzt so wenigstens das ist eine Aufgabe und so ja ich habe er hat mich auch die 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 1 2 und 3 man hat sich schon mal wieder passt enttankt ihr er will ich doch er und ich habe keine Fische mehr als auch vorhin an ich habe noch ein bisschen er war ich schon mal die bald auch er ist er ja auch alles was nicht gerade er ist das nicht auf der Insel wegwerfen wir sind es ist ja nicht wegwerfen so aber was man zu mit wegwerfen Ressourcen abkann was meint sie mit Ressourcen wegwerfen äh verwenden auf einer Insel für Sachen die du nicht unbedingt jetzt brauchst ich hab übrigens einen Wüschkörner wir können Dingsen doch doch aber ist okay äh dann mach das mal äh bist du ready? warte, hab ich ja einen Tagplatz äh jetzt bin ich ready oder können wir warten bis Tag ist können wir warten bis Tag ist dann mach ich doch können wir irgendwie warten bis Tag ist äh wir können Bett smart okay hab's oh mein Gott ich komm jetzt alle Speere müssen schlafen ich hab keine Essen mehr jetzt wir oh haha dafür wollte ich ne Angeln Bro äh ich hab noch einen Fisch alles gut wie was kann man denn hier einpflanzen wenn keine Mangosamen äh warte ich soll ich das abbauen äh wir können mittlerweile den großen Mann und bitte geht das gab mir das gab mir ich war noch mal ein Zivilger umhören nicht die Blanke kaputt hier geht überhaupt kaputt so lustig alter passiert überhaupt nichts aber ich hab er gehört werden soll Korin er hat perfekt an hätten dann haben wir nicht es so machen was ich einfach ins Wasser war verabama und vielleicht können wir dann haben es vielleicht sein oder machen gerade ein das ist das ist das was man kann sind mittlerweile mittlerweile in der Welt schon besser werden mit er hat die am da war es jetzt an treiben und ich weiß die Ressourcen an und du den heid ich bin in drei Stunden bei einer Sitz ich halte nicht du der Fall nicht in einer netten aber ich habe es an die Vorbeige Schwung was nebenan die Köln jetzt Freunde ich habe vorhin viel zu viel Leben gehabt ich konnte nur zwei Sachen machen wir müssen einmal auf das Ding damit er die Fischerei bemerkt er muss einmal anbeißen dann angreifen ich weiß nicht kommt er jetzt ja alles gut jetzt greift er uns wieder an was ist Wasserproblem also stein ist natürlich nicht erbauen oder doch stein sind ganz hilfreich also für mich dann habe ich aber erst mal Lehmannsland Lehmannsamt ist wichtig dass sie ziehen die Baume zuerst wenn ich weiter nach unten geht dann sagt dann sind da er zu ich bin der Ärztin ich sehe schon die Arme für die Maschine Uwe Algen hier ist es bei ich bin dabei die Wartung nicht in der Richtung in der Nähe ich sage ich gehe in der Richtung dann hole ich mal hier kurz ich habe mich hier irgendwo Kupfer oder Metall-Erz Ne, das brauchen wir erstmal nicht Hörner und die Gertzonen und Tonnen ja ich sehe aber kein Zerl bei dem Bild entgegen geschoben ist muss ich hier auch hier auch die Saison aber auch das ist Metall-Obsch die Gerdinand die aus dem Weg das ist egal ich hatte noch ein paar Säger an der Welt der Kampfer ich habe noch zu werden okay ich hätte nicht aber man muss ja das macht aber auch ich habe kein Ding okay an mir zu müssen es ist aber so zu einem anderen stellen er hat gesagt ja war es wenn nicht später hätte man nicht so erinnert was er dann nicht auf welchen ergibt und ich glaube das ist nicht so gut um das war ein übel zu verkackt aber ich habe ein paar Blatt durch die Lupe er also steckert man dann und mein Ton eigentlich immer nicht ist wenn ich nicht mehr auf der Mann klarten kann ich glaube ich dass das so gewollt ist und ich habe mich immer wieder ich habe ich habe wieder mehr Ton als Sand gefarmt 2 wird sie sich inzwischen trocken und dann kann man einfach mit den Toten mit Siegern Prozent muss erst mal erforschen glaube ich ich weiß ich weiß nicht dass man die Kissen einig ich habe ihn gleich der Schwerner Schwerner der Kuroko er ist er mit dem Arzt die Gemahe nicht ab wie er spielt Stichwort was lieben naja ich hab kein Schwer mehr hast du noch gar nicht was noch Prozent drei Planken Prozent nicht Prozent 5 er will alle gegeben es gibt aber einig später so was soll man bei der Planung fragt und du hast vier und ein bisschen in der Treibung kann so ruhig den Kopf haben heißt es hat ihn Prozent hochgenommen er hätte gehen gerne äh wenn man jetzt gehen wir ab und ich gehe ab und alles es hat man nicht kann kein Speer machen zu machen aber ich will ich jetzt meinen Arbeiten er genau das ist gut NDR ja habe ich auch aber ich finde einfach hier zu den Ressourcen und sie ist schon erforscht wenn ich erforscht aber ein gesammelt wochen am Ende euch haben wir hier also mal an der Hand weiter so ich habe jetzt hier planen wie sie kosten haben wenn wir heute nicht mit Prozent 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 alles Prozent kann ich hier gehen wenn du bei mir wirst ich bin bei mir wo bist du in der Art und sich bei mir und hier mit Haar ab und es gibt das ist sehr leicht erkennbar ihr da ist ein Jahr in der zu abhalter dieser ich halte kann sich bei Graben gehen was so ein Lieblingsrecht wird er wird früher gemacht in der Schule wochen das stand und einfach man steht er hat direkt Prozent der Mann an Herzversagen bei seiner er beißt zählen die Dinge überhaupt zehn haben zu liefern als habe ich dir mein ganzes Ding gegeben ist er aber kein hart mehr kraften das kann das sehen mehr ab dem ein ganzes gegeben hat vergessen nicht mehr als gut muss jetzt kein schlechtes gewissen haben es wird sagen müssen aber auch ganz alles gut es wird in ihr schon von dir gewöhnt Sanzer also man weiß uns annehmen die Blume der ich jetzt weg durch ein Geschenk und so Prozent wenn man das ist doch nicht weicher Hunger und nachschöpfen müssen waren jetzt und ich muss trotzig die 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 zu sagen der all ist nicht mehr darum kann man nicht und nicht kam aus dem richtig fetten Eimer trinken in der Sammlung wie kann man eigentlich ja du kannst irgendwas melken der Freund schon gesagt aber ich hab's nicht geglaubt was soll man hier mengen den Hai oder was Prozent wie kann ich denn und das ist so krank wenn ich es hier irgendwo sehe oh mein Gott wie die Knie wie kennen diesen Schmelzofen Nagel das mache ich jetzt sein ich wollte eigentlich in der Machtliebe in der Zeit auch weiterfahren hier unten kann ich nicht ein Plastik Pro er ist das soll sich da jetzt hin zu schon besser gleich wieder da oder nicht das ist auch so leichter da die Hälfte oder was eigentlich im nächsten Götter da ist als immer ich ganz viel erlernt das Richtige das können wir auch da haben er muss den Jungen das stimmt irgendwas so und der ist dahinter und sehr wichtig für mich sein aber nicht selbst eine schuld und sammeln als eigentlich mehr als ich dachte das hätte auch nicht so groß reden sollen als mit schwer gesagt aber auch kein Holzmeer oder der Prenz-Dopter als guter Arter oder selber nur für mich mal hier dort mal hier ab wie ein kleiner Fisch wenn du es sich verlustet als Gert Wien Fisch sei da in der Verkaufel so ist in Heldach Prozent in Heldach mit dem was von dem was soll sind die Wien Minecraft was aber das so eine ganze wassermelone ist und dann einfach um 0,2 es so ich habe 0,2 es macht aber viel wasser ich hätte gar nicht Lust aber was auch wird es so aus dem Gelächter hätte ich Lust wenn es dann irgendwie so ein Reset-Knopf gäbe weil ich bin mir sehr sicher dass ich sterbe wenn ich noch so richtig ab in die Blatt-Tüte beim Essen hat er schon gehört immerhin machte er und da ich habe ja die Schmerzofen der Schmerz und auch noch ein bisschen Prozent holz die Lüge Akkabat der Koppegel aber auch noch nicht für den wenn es schnell zu tun so gehen wir wollen schon vor allem und so noch was von der Nähe die Welt nicht da aber ich fahre mir gerade die alles ab ich bin im Kreis geschwore kommt ich in Wieser die aber in der Fall der KM ich bin der D-Bahn los wo es in Anker da lasst du mich abwärts sehr nett von ihr war ich hatte ich habe aber ich wieder was aufgeführt haben also klar von mir wieder ich halte sie haben der Garten auf auf so jetzt folgt lang denn so ein ich hoffe es geben wird für ihn zu wenig Geld das einfach was womit denn die und die Prozent das war für ein Paket wird was alles gut versteht keine Pakete ist aber es ist mir sagen wird die Erkrankung die Stiefen die Pakete Prozent ich habe alles als 6 ich kann in Schmerzungen krachen Prozent sei er Schrauben mit Dore der Matzige wo ist in der Erste hier und da schmelzte um so die Pläne herrn und nachdenken er ist ihr erreichbar so der mit Hallert sein wo kann man ein paar langer Reitungen er hat auch er hat sich keine Blanken also und er ist sich am Paket was hat sich das mal bekommen das war so erfreut um ein Gott die schenke ich dir auf gar keinen Fall schenke ich die Mai da war so viel stimmt die gerade so man sich wussten und nicht vor allem damit wenn ich er das sind vollständig in der machen was es gibt weiter ganz genaß ist an der Reihe Auer Oma er kommt an ein Jahr wenn das geschehen von Zelle einfach der Klang an ich weiß der Klang wie Godzilla die Kürtel den Ding stoppen den Nacken von mir wenn du dich vor mir stellten Kogel mal gegen mich auch ich bin so scheiße ja wer ist er er hat sich hier vor sich zu stellen aber wie soll es sein gleiches Nöten mit den Zerweichen du meinst die Klinik zeigt damit er hat noch sie ist das auch und so ein Schick oder mit dem Bein erhalten kann sich ich schwöre ich bin ja ich auch ich bin nicht abholen was baust du ab bist du bekloppt ich brauche nichts ab wenn ich meint sie dann auch damit aber dass sie immer zurück fahren nicht verständig er merken wir mal wie so schlitz auf einmal bis doch einmal wieder voll aufgeladen mit deinem Sackding mit deinem Haken warum bist du auf einmal wieder vollgeladen du sammelst in einem Wissen direkt wieder zwei Kilometer ach so drück mal rechts nachdem du ihn geworfen hast ohne irgendwas eingesammelt zu haben drück rechts ja ja Alter wie dumm nein nein Alter bist du schlecht Digga ey so bad einfach ja mit nem Sieg von mir ich bin sehr weit so ich sterbe aber das war es wert hier wollen wir wieder ah nee da war eine Seedrasse ich war so klein dass ich nicht erkannt habe dass ein Seedrasse Metall ist fertig ja ja und wer hat das Metall gecraftet okay und ein Paket Paket A6 um rechts es ist bei mir kennt man es gar nicht weil dieses ich habe auch etwas was sie endlich hier pflanzen können als 6 Zettkort so haben wir neue Rezepte er wolle es ist so weit und da haben wir uns für die Uhr jetzt geht es wirklich richtig los aber das ist gut sie an nein nein habe ich nicht über was hat Prozent 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 als erhebte so als erhebte an jetzt fängt an jetzt fängt an so jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los ja ich weiß aber ich nicht dann geht es weiter in der nächsten Folge warte warte nein 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 sonst können wir die nächste Folge nicht mehr benennen was können wir nicht das schreiben wir in die nächste Folge in den Titel bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss